Herr Fiorek, die Trachten-Eistock-WM haben Sie Siegreichheit geschafft. Erster Platz, oder? Was ist denn das für ein Gefühl? Der erste Platz ist ein wunderbares Gefühl. Endlich Gold. Ich werde mir wahrscheinlich meine Zähne richten lassen mit dem Stiegel Gold hier. Ja, ein cooles Gefühl. Cooles Gefühl, oder? Ja. Ist das eine Sportart, was Ihnen liegt? Anscheinend, sonst wäre ich nicht auf die ersten Platz. Genau. Einen riesen Pokal habt ihr gekriegt, gell? Ja. Wahnsinn. Ist da schon was drin zum Trinken, oder noch nicht? Wird später gefüllt mit einem Champagner-Jahrgang. Jahrgang 2014. Ganz klar, also nur vom Feinsten. Zu den sportlichen Ambitionen, wie geht es weiter? Jetzt am Curling oder so bei der nächsten Olympiade? Nein, Curling ist mir zu. Mit dem Besen. Ich mache gerne meine Wohnung sauber, aber nicht die Eisbahn. Also keine Ambition, jetzt irgendwie da professionell einzgreifen. Nein, vielleicht mit dem Hacklschuh die Eisbahn runterfahren im Pop. Das wäre vielleicht eine Sache. Schau, wie schaut es aus? Genau. Okay, schöner Abend noch, gell? Dankeschön, gell? Hundertprozentig, mit Gold und Holz. Mit Herz, gell? Jawohl. Und den schönen Pokal da. Ja. Und den schönen Pokal da.